aha das war's wohl wir sind direkt hinter dir okay na denn gibt gas eilig spannend spannend stunde der wahrheit na gut Jo, ich beile mich ein bisschen. Warte! Berühre das Podest nicht! Minava? Du? Aber wie du gingst und hast das Gerät zerstört? Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor uns? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zähne. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann ging die. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich ihr ungetäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tynia und ich durch die Welt, um den Fokken der Zivilisation wieder zu entfahren. Wir teilten unser Wissen so gut es ihm. Wir waren nicht die Arzt. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überrasse gestanden. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance verteilt. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Dessent. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht geschehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Wirst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Oden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück. Entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung. Wissen. Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau. Zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genießen. Doch du bist nur ein Mensch. Schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung. Ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held. Dann als Legende. Und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal. Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt. Das, was war, wird wieder sein. So sag mir. Ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie dir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wieder haben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befragst du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet! Ihr alle! Jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt! Komm mit uns! Wir finden einen Weg! Keine Zeit! So. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht! Geht! Du weißt! Du weißt! Dich wir jetzt zu Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomenen. Die Bevölkerung auf ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nord-Osten Kanadas erlebt zur Zeit die schlimmsten Wetterkampiken. Beginnt der Aufzeichnung. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Wildweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Strecke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast schon eine Rolle gut gespielt. Aber nun... Nun ist es an der Zeit, dass ich die meinen Spielen. Tja, und damit haben wir Assassin's Creed 3 erfolgreich abgeschlossen. Wow, war ja am Ende, aber das kennt man ja von den anderen Teilen auch. Äh, sehr episch. Ähm, ja. Geiles Game. Geiles Game, muss man so sagen. Also es wurde wieder sehr, sehr genial in Szene gesetzt. Ähm, ist ja immer so eine Mischung zwischen, äh, diese Vergangenheit und, äh, jetzigen, ähm, Zeitepoche, sag ich jetzt mal. Äh, da muss man ja auch immer gut, äh, den Spagat, äh, hinbekommen als, äh, Designer oder als Produzent, Hersteller, wie auch immer. Ähm, ist natürlich wieder gelungen. Auch diese, ähm, Bürgerkriegssituation wurde auch sehr gut gemacht. Also, wie gesagt, am Anfang, beziehungsweise bei Revelations, äh, und kurz danach, wo dann klar war, dass Assassin's Creed 3 rauskommt, war ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, weil ja auch, wie gesagt, eine andere Zeitepoche, äh, dort angekündigt wurde. Ähm, aber es, äh, ja, es hat, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, Assassin's Creed, äh, zu spielen. Ähm, das Ende ist schon, ja, offen, auf jeden Fall. Also, ich denke, da kommt auf jeden Fall nochmal was. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass, äh, UBI Software sowieso, äh, ja, diesen Genre weiterverfolgen wird, äh, ne, Geld ist ja alles letztendlich. Aber solange, äh, da einigermaßen gute Sachen rauskommen, äh, ist das ja auch in Ordnung so. Ähm, was kann man sagen? Ähm, ja, Grafik war natürlich absolut genial. Ähm, gerade diese maritimen Missionen waren ja der Oberknaller. Also, wenn sie da mal ein Spiel rausbringen, würde ich es sehr begrüßen. Also, wo es nur um sowas geht, mit dieser Grafik. Ähm, Sound war auch, ja, kann man nichts anderes dazu sagen, ne. Sound ist immer genial gewesen und auch in diesem Teil. Ähm, steuerungstechnisch war es in Ordnung. Ähm, Kämpfe waren wieder viel zu einfach, muss man so sagen. Ähm, also Konter und Gegenangriffe und dann war die Sache meistens geritzt. Äh, aber gut, äh, ja, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ähm, auch wenn sie ein paar neue Moves eingebaut haben, aber so rein vom, vom Anspruch her, äh, der Kampfszenen war es nichts. Äh, kein Anspruch, in dem Sinne. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Achso, steuerungstechnisch war es, ähm, manchmal ein bisschen hakelig. Äh, aber das kannte ich auch irgendwie aus dem anderen, aus den anderen Teilen. Also, da hat sich nicht viel verändert oder verbessert. Ähm, teilweise natürlich auch eigene Unfähigkeiten, muss man dazu sagen, ne. Nee, ähm, ja, doch. Spitzenspiel und ich bereue natürlich nicht, dass ich mir die Freedom Edition für, äh, was waren's, 80 Euro? Ja, ich glaub 80. War's 80? Ja, ich glaub, was waren 80 Euro mir zugelegt zu haben, ähm, ist eine runde Sache und das ist immer wichtig. Ähm, auch die Spieldauer. Ähm, was ja heutzutage auch nicht immer ist oder selten, sag ich jetzt mal bei Spielen, äh, ist völlig in Ordnung. Äh, äh, musste jetzt auch so, sag ich jetzt mal, zu Ende gehen, sag ich jetzt mal, weil wenn's dann arg in die Länge gezogen wird, dann macht's halt auch irgendwann nicht mehr so'n Spaß. Ähm, da fällt mir ein, die, dieses, dieses Add-on-Gimmick, sag ich jetzt mal, äh, mit dieser Siedlung. Ähm, ähm, eine nette Idee, aber leider, ähm, ja, nicht fordern genug, sag ich jetzt mal. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr versprochen von, so, ja, dass das irgendwie doch einen Einfluss hat, sag ich jetzt mal. Ähm, ich hatte nochmal nachgelesen, äh, zwischenzeitlich, dass man, äh, die Siedlung halt ausbaut, um, äh, halt Geld, äh, zu verdienen nebenbei, ohne dass man jetzt irgendwie irgendwelche Kisten oder Schätze plündern muss. Ähm, dass man irgendwann genug Geld hat, um die, ähm, na, um sein Schiff auszurüsten. Dafür ist das Geld eigentlich gedacht gewesen. Ja, man, wir hätten noch die maritimen Missionen, hätten wir jetzt alle noch durchreißen können. Aber ich denke, man hat jetzt auch genug gesehen und mir fehlt da immer so ein bisschen die, der, der Zusammenhang zur Story. Also wenn, wenn, wenn sie das so machen würden, dass man, ja, das irgendwie so, äh, einflechtet, dass es nicht so extra ist. Also für mich, auch, auch in, in Revelations war das ja nicht anders, sag ich mal, mit dem, mit dem Aufbau der, ähm, der eigenen Villa und so. Ähm, es hatte keinen Einfluss. Also man hätte es auch gar nicht machen brauchen. Man hätte es einfach links liegen lassen können und, ähm, um dann halt, äh, einfach der Story zu folgen. Und dann wären wir hier, wie es sich nicht, in 25 Teilen oder so durch gewesen. Äh, also 25 Parts, ja, fand ich ein bisschen schade. Die Idee war nämlich, war nämlich richtig genial gemacht. Also dass man in der Siedlung dann da den Leuten hilft und bla und bla und bla. Ja, kann man, kann man natürlich machen, aber mir, mir fehlt halt, ähm, ja, die, die Verbindung zur, zur Hauptstory, sag ich jetzt mal. Aber, so, das war eigentlich so das Negativste, sag ich mal, was mir aufgefallen ist. Aber das war, wie gesagt, in Revelations auch schon so und, ja, vielleicht für den nächsten Teil können sie da ein bisschen was deichseln, sag ich jetzt mal, dass das irgendwie besser eingeflochten wird und auch Einfluss auf die, auf den Hauptstrang der Story hat. Und, so, gut, genug ihr labert. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder bei allen meinen Zuschauern, äh, dass sie dieses Let's Play verfolgt haben. Und, ähm, ich hoffe, da kommt, ich hoffe, da kommt noch ein neuer Assassin's Creed Teil irgendwann. Dies Jahr, ja, weiß ich nicht. Ihr hört, habe ich davon noch nichts, also denke ich nicht, dass dies Jahr noch was kommen wird. Aber das wissen wir ja manchmal nicht, wahr? Manchmal hauen sie ja dann einfach ihn raus. Ähm, ich hoffe, es kommt kein Add-on, was so nebenbei läuft, sondern halt wirklich Assassin's Creed 4. Also wirklich dann auch weiterverfolgend, äh, wie das jetzt hier weitergeht. Ist gut. Ja. Okay. Danke, habe ich gesagt an meinen Zuschauern. Nee. Ja, gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als, äh, bis, äh, demnächst in einem anderen Let's Play. Äh, beziehungsweise es laufen ja noch diverse Let's Plays und es kommen ja auch immer wieder Let's Plays. Gut. Okay. Dann verabschiede ich mich und ich lasse hier wie immer die Credits noch durchlaufen. Und dann ist hier Ende mit Assassin's Creed 3. Es wird übrigens kein Multiplayer, äh, Game von mir geben, äh, da ich diesen Multiplayer nicht unbedingt so prickelnd finde. Gut. Ansonsten, bis denn, euer Senti Apey. So, so. So, Week in the Dark Earth. So, so. So, so. You. So, so. Now, I. Hooray, hoay, hoay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020